hallo ich den frühen und willkommen zu einem neuen angespielt von klondike adventures ein vorschlag eurerseits kostenlos im playstore ob sie meier ist doch genauso kostenlos weiß ich einfach mal nachgucken und wir kommen hier zu einer lawine mein freund ist in dem felsen rette ihnen an sich sah das erst mal cool aus aber man weiß ja nie so richtig was tatsächlich ein bisschen lauter wird es ultra leise ist entfernt der eiswärts um paul zu finden wir haben wieder sein energiesystem er hat mit wie können wir ihm helfen bringen wir ihn ins haus vielen dank für deine hilfe ich bin schon so oft von diesen diesen weg und habe nie eine lawine erwartet ich bin ich bin was stilles zwielicht mein freund paul hat mich als begleiterin mitgenommen ich kümmere mich um diese situation ansehen tipp auf das gartenbeet hat so ein bisschen was von ja okay das hat schon wieder wie kostet mich sogar geld geizig aber mein eigenes inuit ich bin dumm für das echo ich bin ein kurier aus dorsten in der stadt wartet man auf eure waren ach du mein die guten und sehe ich dass die lawine in der station großen schaden errichtet dann macht ihr keine sorgen ich helfe euch die wieder anlieferung fortzusetzen ok bestellungsbrett ok still ist ja ja schauen wir uns die hühnernester an während dumpfes die waren aber ausliefert kaufen wir auf dem markt ein hund um die eimer auf dem flügelhof war war waren werden und das hund vom markt durch einfach klauen zwar nach münzen ok reparieren wir die scheine damit wir für unser hum produzieren können mammut baum stellen bei euch fünf stück ich habe auf dem bad mit freiheit und zu erfahren woher du sie bekommst verleihen mammut baum let's go 55 energie sah an sich erst mal ganz gut aus die energie natürlich 37 über dem cap das finde ich nicht so schön dass wir so wenig haben aber wir gucken mal der herbst level 2 plus einer max energie sechs da ein sechs boden und neue kidney boden oder keine ahnung oder komische bären boden nach diversen geschmacksrichtungen wie bei harry potter die schaden ist fertig nun kannst du ein vogelfutter druck für das pool herstellen ja ok bescheiden ja schon den vorfuhl futter druck sofort herzustellen erstellt trüge werden auf dem markt gelagert mit dir gestern mit drücken und den trock vom markt hast du danke sehr er wurden aus gartenbeten pflanze wurden alles klar ja ja so viel zu selbstständig der macht trotzdem alles so also der will trotzdem dass ich alles mache für ihn so lassen wir jetzt wieder abgeben das auf die eier alter schon dass ich das gerade schon gemacht habe ja ok ich möchte gerne selber arbeiten darf ich danke da so viel energie hier was klima hochkrasse zeug aber hat sie okay einfach sehr die haben wir insgesamt ich habe außer sehen den hintergenommen wollte ich gar nicht naja also wenn lustige geschichte auf jeder schwierigen lagen kann der geschicht zum lachen werden als solche geschichte spielt sich gerade in der club in klondike ab wenn daraus was passiert ist ähm werbung ja soll ich mal das war tatsächlich werbung und das hat gut wir können wir uns sehr liefern sie sehen uns ok vögel füttel führe weiterhin bestellungen aus vier stück hier kriegst du vielleicht auch gleichzeitig welche machen denn das geht nicht um milch nach dorsten sind brauchen wir eine kuh finden wir sie öffnen die aufgaben ich werde das alles selber machen hier ist sie ich habe eine kugel von die kuh mut sie muss gemolken werden hallo an den zinsen die verschwundene kuh so ja ja es ist mir durchaus bewusst aber lass mich doch was wird es hier machen ich brauche neue eier meine eier sind eine verbleibend 16 von 16 was ist das denn wie sind ja mal tot wozu denn hier paul glüht im wasser und das lichtdämpfen nichts tun einen kompressor auflegen geht das ein diamant einen diamant ja hier hast du ein bisschen milch mehr als ich kann man das ist ja voll nervig plus drei jahre ist dass wir so schnell max energie finde ich geil naja das kann ich tatsächlich nicht machen ultra nervig so zerbricht die engel vor dem tor um das sägewerk zu finden wir haben wieder genug energie die ich jetzt ausgeben muss wir müssen uns mit den reparatur bearbeiten beschäftigen dass das kein problem war das alles wieder wie neu was ist denn hier was denn hier was denn hier wäre das nicht wo erhalter bräuchte milliarden energie was hier nicht äußchen freiarbeiter arbeit insgesamt ok weiter links sind wieder fertig das heißt ich kann wieder was neues pflanzen ich kann sogar roggen pflanzen für vier gold jeweils mhm ja was haben wir hier beim trocken lass mich in ruhe ok das geht nicht sollen wir noch mal was machen damit mhm mhm der ist schon von vogelfutter trögen na gut muuuu verbleibt eigentlich stirbt wirklich war nach 24 anwendungen ist die aber tot verschwindet einfach dissipiert das hier das hier mhm das ist ja gerade am start ne passt schon wir beginnen ja schön mit herstellung eines heuballens ja das kann man ja nicht besorge steine ich besorge hm nein nicht 20 auch nicht das alles zu teuer hier nochmal 4 das nochmal 9 alles zu teuer hier ähm wir gucken wie lange brauchen wir 3 minuten 5 minuten 1 1 halb sogar nur aha mensch ich spende aber die leute hier hübsch hübsch so dann bitte beginne ja schöne heuballen dinge zum kram sie und so da hast du ähm was willst du von mir wie ein heuballen achso ah ok wir brauchen beides davon ja 3 minuten etwas drauerts und da hatten wir noch was was denn das wasser water repariere das sägewerk machen wir kein ding 5 steine 3 mammutbaumstimmen wir kriegen 100 erfahrungen dazu wir kriegen 2000 gold 5 max energie nice haben wir wieder max energie wir haben sogar wieder nein ich muss die energie erstmal raushauen paulatons fieber wir müssen ihn in lead das wir müssen in lead des windes einen arzt holen bleib in der station ich finde einen arzt erstmal kurz die energie raushauen damit sie sich wieder regeneraten kann ganz in ruhe haltbarkeit what the fuck was habe ich gerade gelesen iceberg okay das ist die energie ich brauche kann man da schönes nichts mal weg nennen naaa ah das ist ja cool man kann die energie man muss hier nicht tatsächlich one hit nutzen sondern kann schon mal ein teil auf wenn das ist ja ganz cool gemacht boah alter kapitel 1 kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5 holi kapitel 4 ja auch ein 6 energie habe ich nicht was wir vorher sagen sollen fernige sterben wir sind noch nicht bereit auf gehts zurück zur heimat die produktion kann mit smaragten beschleunigt werden danke für diese info der heimat müsste gleich fertig sein eine minute was haben wir hier neue eier aber was hat das damit zu tun aber was hat das damit zu tun brauchen wir eine ente dafür eine ente ne dings ja ein paar hühner dafür so finde aus was kate geträumt hat manchmal sind träume so leider dass man sie aber das ist doch schon wieder werbung what the fuck ich raff nicht was das für einen sinn hat ich komm's erstmal hoch psscht hör auf ich will das selber machen aus so gewinnen aber springen wir doch gar nicht so aber sowas halt wir haben genug energie nice und den heubauern nice so richtig gut ey wir nehmen sieger mit der herstellung von holz fuhr was holz furnieren na dann let's go hau in das zeug was haben wir hier noch breter wir müssen dahin um dann diesen felsen zu entfernen oh yeah ich hab steine dafür nice wo finde ich den arzt ich hab ihn dort hingesehen wahrscheinlich damit er seine kräuter aha und wie viel stuff ich da kriege ist auch gar nicht hier ist noch was gewesen Thunfisch nice aha wo ich mega viel energie oha sechs energie ich bin da endlich hab ich die coolen unser freund hat fieber ich bin schon unterwegs du musst besondere bären für einen heilende tee pflücken wo kann ich die finden die bären wachsen in der nähe die es sehe ist der pfad ist unbegehbar mach ihn mit dynamit frei easy easy du kannst das aber denken wenn du die Aufgabe abgeschlossen hast dynamite 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 was haben wir alles gemacht oha ups so wohin da 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 ähm durch das dickicht zu bahnen welchen dickicht hier immer sagen ja oder aber kein dickicht what the fuck aber das ist auch keine damit und hier ja let's go ich würde einmal sagen hier so ja ja ich würde einmal sagen hier so sie hat überlebt die Tore sind so alt dass sie sich gar nicht mehr öffnen lassen wir müssen sie durchbrechen das habe ich ja noch um sie zu gelangen aber das wollte ich doch selber schon machen woher wart ihr ja so egoistisch und da habt ihr mich das nicht machen wollen was haben wir hier sieht auch interessant aus mich würde das game ja tatsächlich reizen wenn ich nicht wüsste das alles respawn ich weiß nicht ob alles respawn aber ich bin ja so ein geduldiger mensch die kennen mich ja ne ha stuff ohne ende ist noch eine kiste das ist schon ganz cool wir haben nämlich auch gar keine also so wie es aussieht haben wir auch gar keine begrenzung was das hier angeht was ich sehr nice finde was ist unsere aufgabe ach wir sollen diese hässlichen bären finden ja 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 nein 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 komm schon weg damit ja immer noch welche oh wie die einfach mega portet geil oder felle bischen mit saftigen ist klar und nur anderthalb minuten finde ich auch halt nice was haben wir sonst noch so bestehen zum ausgehen von smaragden besten lässt wirklich neues maragde mehr angebote etwas dauerhaftes eine dauerhafte feature ist immer ganz cool sowas wie ewigkeiten 5000 prozent mehr energie und so mehr so ein angebot sind für mich einfach nicht attraktiv das ist eine bedauerlichkeit leute haben wir noch mit ja ich habe dummerweise einmal den falschen busch angeklickt müsst ihr euch merken nicht an den falschen busch klicken lassen wir zurück laufen zum hier kd 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 haben wir eine milch die gibt wieder ein bisschen milk äh eine kuh haben wir ein bisschen milk wir haben auch sowas äh ne lass mal keine energie mehr ich würde gerne zwei davon machen irgendwie diese furniere die brauche ich hier scheinbar ziemlich oft was ist das ich da leute hier bitte was gibst du mir dafür boah eine kiste hm werkzeuge aber ein hammer zwei sägen und ein äh maler kelle schaufel ihr wisst schon was ich meine wo sind das hier kann man aus und von stets bestellen auf dem bestellungsbord erhalten werden aber was bringt mir das ok also an sich sieht das spiel schon cool aus frage ist spiele ich es weiter oder halt nicht ziehen wir uns noch ein paar level rein energiesystem ist halt ungeil weil wir wirklich so wenig energie haben wir müssen uns aber an sich denke ich mal das spiel hat das schon gut ausbalancen ich meine ich habe halt gescheuerterweise auf was falsches geklickt experimentiergewächshaus what the fuck alter kapitel 8 gibt es noch kapitel 8 alter what the fuck was denn los mit euch kapitel 13 wolfshöhle ja genau klar so kommen wir rüber ups jetzt habe ich meinen bloß sechs verschoben und aber eigentlich hier rüber danke jetzt habe ich drei drei langs brauchen wir sechs energie wir müssen sie noch abhacken und sogar noch eine mehr war keine energie mehr schafften wir noch welche tipp auf den ofen ziel den apfel in den ofen ja nu dann lieber 15 du hast 15 was ist das für die teilnahme einfach trockeneis ok ja ach so ich habe jetzt 15 bekommen nice da muss man wirklich aufpassen wo man hinklickt heilander t15 energy nochmal dazu geht zur heimatstation ich bin unsicher weil ich weiß dass so eine spiele recht schnell ja das ist energie system einfach super super schnell nervig wird wo man sich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus du kommst genau rechtzeitig paul geht schon besser vielen dank für die hilfe nun kann ich mich auf die suche nach meinem schlitten machen in meiner fracht war ein totem warum ist das so wichtig wenn du mir hilfst es zu finden erzähle ich es dir na dann 10 energy nochmal dazu jetzt habe ich die eigentliche von den toren und den schlitten zu finden easy und wie gesagt wenn ich wüsste das nicht alles respawn wäre das schon ganz geil aber ich glaube hier ich habe hier wird nicht respawn um jetzt das eis zu erreichen das da meinst du ich habe das totem wir müssen das totem schnell wie möglich zum tempel des lichts zurückbringen und den häupten erklären woher wir es haben gehen wir gleich los erstmal muss ich hier ich muss ja wirklich mich mich darauf konzentrieren hier auch mal regelmäßig wieder neu zu pflanzen ich glaube das ist schon wichtig ich glaube es ist ziemlich egal oder ein wertvoller freund 5 max energie dazu bekommen nice wir haben noch so einen ofen und und eine neue kuharm bekommen hübsch hübsch so was hier etwas oh 130 kilobyte krass auf einmal benutzen weiterlesen aha du hast ja eine gesamte gespräche verändert ja ne was was wirds von mir so jetzt können wir wieder Boden ich glaube gerade hatten wir Roggen gehabt ja das ist schwierig leute das ist wirklich schwierig wir haben 75 energy lass uns die mal kurz raushauen damit wir nur damit erstmal in der zeit noch was neues nach nachgemacht wird 18 das ist super ähm puh ich muss sagen grafisch gefällt mir das game es ist jetzt auch nicht so ein so ein heyday klo muss man sagen ich glaube hier wird wirklich viel viel wert auf die story gelegt und man sieht ja anhand des riesigen ähm anhand der riesigen story das ist hier ziemlich viele ach guck mal ich kann auch hier doch ne kann ich nicht hier gehts zum Beispiel doch hier gehts auch nach links dass es ziemlich viel stuff hier gibt ne hm schon wieder fertig ich könnte theoretische arm werden wie ich das machen würde ok leute puh also ich denke ich hätte noch bock hier weiter zu machen lass uns doch mal vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr reingucken falls ich irgendwie nach 2,3,4,5 folgen merke ok dann würde ich das wahrscheinlich einfach entweder zu einem zusammenschneiden oder einfach alles als angespielt lassen also das werdet ihr auf jeden Fall im titel sehen ist das lang gespielt kommt nicht mehr es ist ein let's play mit einer 0,1 davor rauter 0,1 und let's play im titel werdet ihr sehen wo ist ein let's play geworden schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und ja dann würde ich sagen sehen wir uns bis zum nächsten Mal heute wieder bei angespielt bzw. Klondike Adventures bis dahin Leute Ciao Hallöchen Leute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klondike Adventures zweiter Part gucken wir uns das mal ein bisschen weiter an dieses Spiel nachdem wir beim ersten mal unentschlossen waren ob wir denn weitermachen werden oder nicht wir können beide Angebote oder beide Nachfragen bedienen wir können sogar diese beiden Nachfragen noch bedienen sehr gut kriegen dadurch mehr Geld und können dadurch auf jeden Fall mehr Zeug anpflanzen was ich sehr gut finde ähm gucken wir mal hier sägen wir brauchen auf jeden Fall mehr Mammutbaumholz Dingens das ist da hinten ok dididididim und hier fatzebuck so lass mal ach so mich die ganze Zeit nerven heute hier ist ein Geschenk noch das will ich haben aber weiterlesen ist doch das ist irgendwie nicht so nicht so Sinn gewesen ne ich weiß nicht so ganz richtig was die da von mir wollen was denn ah ok man würde dann nichts mehr sehen ok um besser an die ganzen Gegenstände heranzukommen alles klar wir können nämlich auch easy peasy ganze Zeit hier alles reinpflanzen das ist schon geil ne Heu können wir machen habe ich nur noch einmal Wasser kann ich noch nicht machen Warte rüber ich zwei das heißt wir machen wir einmal Heu dann brauchen wir mehr von diesem G3D ok so kann man das auch noch bedienen Eier brauchen wir neu dazu 60 erfahrung 51 Gold wir kriegen vier Hämmer zwei Sägen und schauen was wir damit später machen werden wir haben noch ein bisschen was von der Kuh der hat auch noch was was die zu von mir oh ein Händler oh Gold kann man Expedition und Gold ah dann gefunden werden achso ich müsste ihm das ne will ich ja gar nicht ein Angebot ein Gecko in den Thronen und Fässern und Vasen gefunden werden ich kaufe deine Waren ich bezahle gut er kauft was ich habe Gold oder was wir alle Geschäfte ok aber er hat das doch er will doch was von mir haben ne machen wir das hier kriegt Geld ich krieg Geld ich habe was verkauft aber was ist das ist doch kein Gold oder na gut doch bin ich unentschlossen was es sein soll so damit sind wir aber fast leer aber wir haben für eine neue Kuh bekommen na können wir gleich mal raushauen jetzt gleich mal hinter 450 Gold kann ich die kaufen hat natürlich auch wieder 24 neue Milchdinger die ich da aus hier rausziehen kann man so haben wir sonst noch was neue Kühe neue Hühner neue Nixen nix nix oh neue Beete oh neue Beete oh lecker oh neue Beete wie viel kann ich davon bauen ach komm schon das ist ja geizig das ist ja wirklich geizig ne das ist ganz ganz cool da muss man wirklich die Beete neu bauen ok was möchtest du von mir haben mach dich auf den Weg nach Lydes wenn du findest du mit den roten Runen ne noch nicht ich glaub das ist noch zu früh kauf auf dem Markt einen Steinbruch ach du kacke ja mal hier das letzte Mal das ist bei Eis mal ganz cool den muss ich auch noch bauen den muss ich auch noch bauen den muss ich noch bauen holy moly ok auf dem Fall könnten wir das beides können wir kaufen ja gefällt mir ach komm sitzen aber hier passt erstmal ja 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 klar alles einzeln ich glaub es hackt bei euch ja wird irre werden hier tatsächlich 45 damit kann ich einen Mammutbaum kann ich nicht wäre schön gewesen reicht noch nicht du willst von mir dass ich Holz abhacke dann muss ich noch ein paar naja das ist ja voll nervig kannst du mal bitte hier ein bisschen ich muss mir da irgendwie einen Workaround zu überlegen so dann lass uns erstmal diesen Mammutbaum killen zack damit haben wir genügend Holz nämlich um den hier auszubauen der Staunen wird zumal von Raummaterialien für die Fabriken benötigt das ist der erste Teil gewesen ich werde irre reisig brauchen wir Fichtenstämme oder ein Hammer und wir haben den Level abbekommen plus 3 Max Energie das finde ich halt mega gut dass wir Max Energie dazu bekommen nice und dritte Stufe Phonia und Ton ich muss hier ein paar reinpacken ich kann sogar ja ok das mit den Dings ist super nervig kann ich das na das kann ich bedienen das könnt ihr bedingt weg machen ich will nicht aus Versehen draufklicken weißt du so lass mal eben auf jeden Fall dass wir weitermachen ich habe Level 6 das heißt ich kann ein neues Beet kaufen so mehr Beete Leute wir brauchen mehr Beete mehr rote Beete ich würde den Trog ganz gerne wegmachen danke stört nämlich da da war ein bisschen den Weg oh die Energie weg genau erhielt den Stein weg da haben wir nämlich wieder können wir nämlich Energie regenerieren lassen das ist nicht ganz gut sollte man auf jeden Fall immer so machen dass man unter seiner Maxima Energie ist um einfach in der Zeit regenerieren Energie regenerieren zu können so Tamir Schaf Futter im nächsten verfügbar ich kann ja aktuell nichts machen weil er möchte Milch und Getreide haben aber Milch sieht schwierig aus mehr Arbeiter was spielen wir mehr Arbeiter gar nichts aktuell wir gehen erstmal weiter gucken und den Steinbruch wir brauchen dafür noch Ton ist der Ton da drin oder was das wird der Ton sein denke ich ne ist er nicht da ist der Ton verdammte Axt aber auch das ist ja wirklich nervig lass uns erstmal woanders hinlaufen das habe ich jetzt verstanden das ähm ja du mach mal oder ich meine ich finde das ist ein cooles Game also dieses Stämme ziehen und so mhm das ist übrigens auch das womit Hero Wars ihr kennt es bestimmt alle Hero Wars in der Werbung jedes Mal geprahlt hat dass man diese Dinger raus zieht und Hero Wars war da einfach so yo äh pff ja das gibt es halt dann doch nicht für euch ne so werden wir äh Hühner du 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 willst picken ne also erstmal das hier dann das hier Bok Bok ja ich glaube ich hab verkackt ne nächstes Level ah ja ok Knochen ja ja wir müssen natürlich ah ok ah ok ja ja verstehe ah das ist ja interessant ok verstehe verstehe wir haben 42 von 47 was brauchte ich brauchte für den Ton 23 dann hackt der Mist mal ab da ist ja der Ton und was ich ganz cool finde unsere Tasche ist wahrscheinlich endlos was ich wirklich sehr sehr gut finde wo haben wir diesen ganzen Stuff her what the fuck mehr geht und das muss ich sagen das ist auch ganz cool ne wir können ja wirklich also ein paar Münzen bezahlen um diesen Samen rauszuschmeißen ist also nicht komplett kostenlos was dann immer ganz cool ist ja irgendwie in den anderen Games hab ich immer so ja aber das kostenlos äh das bringt ja doch nicht so viel warte mal weg ist der grad gewachsen das finde ich nicht gut ne ich hab ich ehrlich ich mag es nicht wenn irgendwas nachwächst weil ich dachte wächst überhaupt zu viel nach dann kann ich es leider nicht mehr spielen das Game weil ich dann nicht mehr mag so die brauchen wir noch für 4 oder 95 alles klar 70 Stahl und wir kriegen Kies Quarzsand und Zement erstmal hier ein bisschen Kies passt schon dididididim Flügelhof aha erledigt 20 Energiekriemen wir haben jetzt 37 ist in Ordnung dann gehen wir jetzt dahin auf zum Lied des Windes um dort diesen roten Felsen zu zerstören jo verschwinde was hier 19 ok hier haben wir auch noch einen Ofen ach hier kann ich zum Beispiel nur das beides machen interessant so der rote Felsen soll ich kaputt machen will ich das wirklich hier gibt es noch so viele interessante Dinge wie komme ich da hinten hin dann bin ich zeigen der sack na gut dann stellen wir den roten Felsen für 18 Energie hier noch eine Kiste ach so das habe ich ja ok daraus habe ich das gefunden alles klar vergisst es vergisst vergisst ich weiß nun wo ich das her hatte die große Reise 20 Energie Reise die große Reise 20 Energie Reise den hast du bekommen Kauf auf dem Markt ein Lagerfeuer lass uns erstmal diese Mission weitermachen hier gibt es ziemlich viele Missionen die uns hoffentlich dazu auch bringen dass wir gefühlt niemals Energieknappheiten haben werden wollen wir ein neues Huhn ganz ganz dringend die bringen wir jetzt nämlich glaube ich hier dieser Gefühlt bringt mir jetzt nämlich durch dieses Huhn plus eins dazu möchte ich da reinpacken dass die mich rumlaufen ne geht nicht gut wir müssen regelmäßig wirklich hier auf Zelt hier noch ein bisschen Dings gewesen ein Stammes Huhn gegen doppelt so viele Eier für neun boah weiß ich nicht ich bin mir unsicher so Big gibt es auf Level 7 wieder eins hier ist was gewesen Lagerfeuer wie kein Feuer erschaffen werden was? Feuer? dann auch schön in die Mitte hier sehr nice und zwei neue Eier zwei neue Eier Packungen ich glaube das ist jeweils viele Eier ne doch nicht Hühnernest an der Station Hühnereier Baue Kohlevorkommen ab Na dann let's go Ah hab ich nicht genug Energie ist ja zum Kotzen Was bin ich mit das Lagerfeuer? ich kann Feuer ver... 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 ein gutes Spiel hier ist es da 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 oha Bodis gutes Game da natürlich 3-mal Folge was sonst was sonst wer hat es gedacht was was habt ihr alles erwartet nice willst du von mir schneide gelbe Blumen ich bin das Handelschef ne let's go schneiden wir ein paar gelbe Blumen ok hauen wir weg damit gutes Spiel muss ich sagen tatsächlich wir brauchen für noch ein bisschen mehr Max Energy das ist wichtig ach hier das sind die gewesen alles klar das ist die Hauptmission gewesen verstehe Hallo ich bin der Seelmann mein Schiff ist auf Grund gelaufen könnte ich dein Schiff aus der Kapitän? das geht leider nicht es hat einen Leck im Blumen meine Dame was braucht man für die Reparatur? Nägel, Harz und Schiffschrauben meine Dame es wäre auch gut den Leuchten zu reparieren ja das klappt so machen wir das erstmal weg nehmen wir das mit und gehen erst einmal wieder zurück in unser Lager weil ich jetzt nämlich Kohle vor ach guck mal das kommt mir auch mal alles ok nehmen wir hier mit genau wir gehen zurück zu unserer Heimat 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 gibt es ja sowas wie eine Gilde oder ist das ein reines Singleplayer Game nicht äh was das nichts hm hm das wird so von mir ein Feuer im Lager ja ok was ist Kohle das hier? Kohle 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 macht mir da ein bisschen weniger aber wofür könnte ich ein Feuer machen? zeig's mir los was soll ich machen damit? hohe Temperaturen haben wir da? ich habe keine Ahnung was da war schon mal auf jeden Fall war es fertig gewesen Kies dann fertig können wir da jetzt zum nächsten wir haben schon wieder 80 Energie das müssen wir doch gleich mal nutzen und zwar um das hier weg zu machen diese ganzen kleinen Dinger vor allem ne so wir gehen auch super viel Stuff dadurch holy ja danke für die Milch du machst bitte hier noch eins von diesem Zeug von den Furnieren hm soll ich alles tauschen? ja oder? so apropos ach Gott alter wirklich ich brauche ein Botter das macht für mich also ein Arbeiter Sklave wie auch immer ihr es nennen wollt soll ich das alles austauschen? ja oder? wir tauschen mal alles aus um alles noch zu probieren eine Kiste 50 Erfahrungen drei Hämmer einsammeln 50 Gold und 50 Energie holy bisschen Kohle nehmen wir mal mit Kohle 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 noch etwas Kies Sand danke sehr kriegst du noch ein bisschen was hm ich könnte schon lange nicht damit weil ich keine Milch habe hm was haben wir hier unten eigentlich? Häuschen? ach guck mal freie Arbeiter oh worauf brauche ich die Arbeiter? für die ganzen Gebäude ne? hm ok finde den Leuchtturm auf zum Lied des Windes Leute ja das ist ein interessantes Game man muss glaube ich er steht so halt alle anderthalb Minuten Energiepunkte sind ja auch sehr gut dafür muss ja sehr viel Zeit aber das macht tatsächlich gar nichts das 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 alles weg damit das gehört nämlich nicht mehr zu uns weg damit weg damit weg damit alter was man ja alles noch in Energie raushauen kann später und diese kann man auch alle kaputt machen 130 ja ist ja ok hm 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 was kann ich mit dem Tufel ach guck mal ach das ist Energie gewesen verstehe ja baue Quarzvorkommen ab also wir müssen nur das Quarzvorkommen abbauen ich habe keine Energie mehr weil ich diese Flins ab kaputt gemacht habe aber ist ja nervig da seht ihr mein Inventar auch ist doch schön voll hm wir haben sogar Eiswürfel trockeneis sofort Dünger apropos Dünger super wichtig dass wir regelmäßig hier hingehen und die ganzen Stuff immer wieder nachpflanzen da kann man nämlich viel Heu machen das kann man sicherlich später teuer verkaufen den hm 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 höre weiter ina Fogamaus ok was hat mir das Lagerfei gebracht habe ich immer nur s steam ganz verstanden Hat der bisher noch nicht so einen wirklichen Sinn. Futterkrippe könnte ich machen. Ich könnte Heu machen. Ich könnte Wasser machen. Ich könnte Schaffutter machen. Noch brauche ich das allerdings nicht. Deswegen lassen wir es auch einfach mal. Ich meine, das ganze Zeug kostet so ultra viel Energie. Das ist Wahnsinn, ne? Dann ist das 47 Minuten, mal anderthalb. Sind wir bei 29, 70 Minuten für eine komplette Energielagen. Das ist natürlich heftig, ne? Aber du, wir werden es ja mal spielen, oder? Ich meine, wenn ich hier alles abhacke und wie gesagt, ich hoffe wirklich, also wenn ich mitbekomme, dass hier alles nachwächst, dann bin ich böse und dann haue ich einfach ab, auch aus dem Game. Weil ich mag es nicht, wenn ich etwas nachwächst und meine kostbare Energie dafür raushauen muss, weißt du? Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das ist dann wieder ganz gut. Die Ladezeiten sind auch sehr angenehm. Also geht es schlimmer, sagen wir es mal so. Geht deutlich schlimmer. Da sterbt mich noch. Oh, was ist das hier? Nuscht, Wasser. So, mach mal weg das Ding. Mama! Mach mal weg! Weg, okay. Gehen wir nochmal 25 Energie und wir können... Wir müssen den Leuchtturm finden. Dann muss das Ding noch kaputt machen, ne? Ja, man muss ja alles kaputt machen. Alles, was auf dem Weg ist, müssen wir kaputt machen. Und weg damit. Und der Leuchtturm ist da und das ist wieder ein neuer Händler. Ne, der ist am durch, der ist der Leuchtturm. Der ist kaputt! Versuchen wir, die Leuchtturm wieder aufzubauen. Das ist halt unsere nächste große Aufgabe, ne? Reisig habe ich gar keinen. Den kann man dir aber scheinbar aus den kleinen Ästen raus, den Sträuchern raushauen. Oh, krass. Ja, habe ich immer noch nicht genug. 19 brauche ich dafür. Na dann, let's go. So. Didit, 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 didit. So. Wir können austauschen, austauschen, austauschen. Dann kriegen wir hier so eine Münze. Hmm. Hier geht es noch nicht weiter, aber ich laufe, 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 laufe. Ne, Leuchtturm erstmal erledigen muss. 15 Energy. Das sind also wirklich zwei dicke Mammutaufgaben, die wir jetzt erledigen müssen. Die nicht so einfach sind. Deswegen, was haben wir hier noch? 8. Uh, Pflaumen wieder, sehr schön. 3, 5. Ah, nein, wir haben nicht genug. Das hatten wir, glaube ich, nicht gehabt. Gut, gehen wir zurück in die Heimat. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen, ich denke, ich werde eine Weile wieder brauchen, bis ich aufnehme. Wenn ich dann mal Lust habe, dann, jo, weiß ich. Okay, das spielt jetzt vielleicht nicht so schlecht. Gucken wir mal, ob wir noch ein Beet bauen können. Hmm. Ne, 1. Ne, 1. 1. Beheizt das Beet sogar. Hmm. Alles klar. Kurzweil, wir sieben sind wir. Wir nehmen hier fleißig Stuff mit. Ich werde fleißig neue Stuff machen im Steinbruch und Co. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde von Klondike Adventures. Bis dahin. Ciao. Hallöchen, Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge von Klondike Adventures. Ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen für mich gespielt. Mal ein bisschen Energie ausgegeben. Mal wieder Zeugs hier angepflanzt und alles mitgenommen. Wir haben super, super viele Ressourcen. Hör mal hier reingucken. Ja. Wir sehen die ganzen Stuff. Das Coole ist natürlich auch, ich kann das Ding am Handy easy parallel laufen lassen. Das heißt, ich habe keine großartigen Synchronisierungsprobleme oder so. Sondern wirklich das Tape auf dem Handy oder auf BlueStacks ist aktuell immer, also immer aktuell zu dem Gegenpart. So, wir haben ultra viel Stuff. Wir haben hier ultra viel Stuff. Hier ultra viel Stuff. Da habe ich ja auch ein bisschen was bekommen, ist richtig. Ich habe ein bisschen Kies hergestellt, ein bisschen Quarzsand. Hier in unserem Dingenszen. Und dummerweise sind jetzt natürlich auch unsere Hühner vergoldet. Was passiert? Wir kriegen Bonbons. Oh, interessant. Ja, hier meine eine Kuh leider auch. Die ist noch nicht, doch die ist jetzt auch vergoldet. Alles klar. Ich habe hier nochmal Schokolade bekommen. Kann ich sie jetzt neu kaufen? Okay, ich kann sie wenigstens. Das ist gut. Ich kann sie neu kaufen. Ja, meinetwegen packst du hier vorne hin. Das passt schon. Heubann gibt es hier hinten. Hier haben wir noch genug. Hier haben wir auch noch genug von dem anderen Futter. Habe ich natürlich auch reichlich gemacht. Hier im Besitz 7, 3. Wir können hier natürlich ein paar reinschmeißen. Wasser, Scharf, Futter. Und ich würde sagen, ich habe ein bisschen was abgebaut. Ihr seht ja, hier ist viel weniger. Hier hinten ist viel weniger. Hier habe ich noch nicht angefangen gehabt. Hier habe ich einen Baum abgehackt. Hier habe ich auch einen Baum abgehackt. Deswegen wollte ich jetzt noch ein bisschen weiterspielen, damit wir mehr Max Energie bekommen. Weil 47 ist wirklich schnell gemacht. Aber ich werde ungern jede Stunde hier reingucken müssen. Oder doch, jede Stunde ist es aktuell. Um die Energie rauszuholen. Deswegen werden wir uns erst einmal aufleveln. Sollte mittlerweile kein Problem sein. Denn wir können nämlich genügend Missionen abgeben. So. Ausliefern. Okay, 105 erfahren. Wir sind fast level up. Wir fehlen noch 20, glaube ich. Genau, 20 fehlt noch. Und dann nehmen wir erst einmal Sir Chaney. Hier oben wieder ein Werkzeug. Plus 2 Max Energie. Na, ist ein neues Beet. Und wir kriegen neue Tools. So, jetzt haben wir 78 Energie. Wir werden also mal den ganzen Mini-Kram hier wegmachen. Der stört mich nämlich extrem. So, so. Aber wahrscheinlich keine Energie mehr. Mal sehen, wie schnell die Energie aber weggeht. Wir haben aber 49, das ist gut. 49 ist wirklich gut. Wir werden also jetzt weitermachen. Spielwerten. Ja. Machen wir mal eine 5. Ich will natürlich jetzt keine Rezension, weil ich gerade am Spielen bin. Aber bisher muss ich sagen, gefällt es mir gut. Bestellung einsam. 15 Energie dazu. 200 Erfahrung. Lapparieren kaputten Leuchtungen können wir auch gleich machen. Wir können schon einige... Ich weiß nicht, ob wir alle drei Stufen gleich erledigen können. Warten wir mal Stufe 8. Ah ja, ganz wichtig, ein neues Beet. Mh, lecker. Ist das richtig? Ne. So. Äh, was haben wir hier? Das hier, ne? Ich glaube, ich habe das falsch genommen. Ah ja, das falsch genommen. Ist egal. Ähm. Eine neue Kuh sogar. Nice. Sehr schön. Ein beheiztes Beet. Verkürzt die Wachstumszeit um 30%. Mh, interessant. Konfiserie. Löse köstliche Rätsel und lege ein... Haben will. Und damit. Konfiserie. Zwei Beeren gleich. Heidelbeere-Saft. Okay, lass mal probieren. 150 Züge. Ah, lol. What the fuck, Alter. Dieses Spiel ist hammergeil. Ohne scheiß. Das ist so lustig. Kennt ihr das Game 24, äh... 2048? Und das ist dann etwa das gleiche. Da gab es auch bei 2048 immer eine recht einfache Methode, einfach Max, Max zu kommen. Ich glaube, halt immer wirklich... Ähm, einfach hier, ne? Einfach immer wieder im Kreise zu matchen. Ich glaube, man muss da tatsächlich auch gar nicht viel nachdenken. Ich glaube, es hat sich da irgendwie so automatisch immer wieder alles gemixt. Ihr seht, ich muss hier nur nicht wirklich viel nachdenken. Ich mache aber dasselbe. Und die matchen sich automatisch irgendwann. So, da mal so einen großen Cake. 15 Energie gibt es dafür. Wir haben noch 58 Züge zum verballern. Das ist natürlich super nervig. Das geht es noch nicht, okay. Na, mal gucken, was wir dann kriegen. Wir haben aber noch zwei... Jetzt haben wir langsam keinen Platz mehr. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz geschaffen. Was willst du denn, Kuh, von mir? Kuh, was möchtest du? Oh, das war... Okay, Spiel abgeschlossen. Okay, was kriegen wir? 28, 125, Erfahrung. Ist viel, muss man sagen. Okay, man kann es einmal am Tag machen, scheinbar. Sehr schön. So, alles fertig. Auf geht es hier wieder zu dem. 45 vor 49 Energie. Das heißt, wir können weiteren kleinen Minikram kaputt machen. Ah, das ist jetzt nicht so mini gewesen. Ah, so schnell verschwindet die Energie immer wieder. Aber wie gesagt, das am Handy ganz cool. Dass man das einfach easy peasy machen kann. So, was haben wir hier? Ich sollte für sie irgendwas machen. Er hat eine Konfessorie bauen, alles klar. Baue die Schmiede. Hm. Fichtenstämme 10, 10 Quarz, 3 Kies. Alle wichtigen Nischungen aus Metall werden in der Schmiede hergestellt. Nagel, Nägelrohre und Ketten. Alle wichtigen Nischungen. Okay, 5 Feuer, 2 Furniere, 15 Steine. 1 Quarz, 4 Wasser, 15 Fichtenstämme. Ja, da wir natürlich sehr, oder da ich sehr viel ohne euch gefarmt habe, ist das easy peasy. Plus, 1 Max Energy Nice, eine Pottery. 3.000 Gold, 3 Sterne. Nah, er ist der 3 Dingsen. Er ist schon. Hm, das war ein Bäumchen mitnehmen. So, nehmen wir das nächste ab. Die Kur habe ich schon gesetzt. Ne, habe ich noch nicht, habe ich auch noch nicht gesetzt. Noch ein Beet. Hm, was wird? Zeiung. Das wird geilo, Steilung. So, was haben wir jetzt? Gras. 10 Minuten, dein Ernst? Na gut. Ah ja, diese zwei Minigames wieder, verstehe. Beginne der Spiele mit der Herstellung von Nägeln. Pfff, wird denn eine Gießerei aus Eisenerz? Also, die gibt, da brauche ich schon eine Gießerei. Schön hier. Zelt. Ein Zelt und Nägel und Bretter brauche ich dafür. Nach einem Zelt. Ähm, Clothing. Nice. Das bringt euch die meiste. Uh, da bringt das viel. Okay. Gut, lass uns erstmal das hier machen. Wir haben daraus, was Kate geträumt hat. Manchmal träumen wir so an der Realität, dass man sie selbst nach dem Aufwachen nicht das im Kopf bekommt. Ein solcher Traum hatte Kate heute. Let's go. Minispiel, a la Hero Wars. Muss ich sagen, mega gutes Game. Und er ist noch nicht. Tipp um zu Beginn. Diesmal ein anderes Spiel. Aha. Gut, hab ich gut gemacht, ne? Wollte ich schon sagen. Reich, äh, kann man, kann man nicht besser machen. Didi, didi, dim. Ey, wie zeugt die mir immer bringen? Holy Moly. Also 165. Wollen wir schon viel, oder? Äh, vergiss es. Ich hab nichts gesagt. Ist ja gar nichts, Alter. So, was haben wir denn hier sonst noch? So, hier brauche ich nur noch eins. Habe ich schon fast erledigt gehabt. 6, 2, 4. Alles noch was Kleines Zeug, das erstmal wegmachen. Geben wir voll auf die Nüsse. Dass so viel Stuff rumliegt. Das ist alles nur Minikram, ne? Oh, jetzt nix, nix auf einmal, dass man es hier bereinigt hat, weil hier ist einfach so viel Zeug. 75 sogar. Mhm. Okay. Gut, das können wir abgeben. Wie viel Milch wollen wir haben? Aber ist okay. 24 Mal können wir, das ist aber in Ordnung, das ist wirklich gut. Guck mal hier, ne? Wird langsam wieder aufgebraucht. Dafür brauchen wir mehr, mehr Dingensen. Hm, 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 hm. Gut, die Sägemühle. Auch mal aktuell, ja gut, oh, Kleber können wir machen. Balken, Bretter. Lass mal ein paar Furniere machen. Hm, 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 hm. Ich habe nämlich keine mehr. Okay, das bräuchte ich noch was anderes, okay. Zerbricht die eingefrorenen Tore. Ach, da ist die Gießerei, alles klar. Ist ja so gut wie neu, testen wir sie. Was ist das Eisenerz? Puh. Ach, dafür kriege ich 5 Eiseneier, verstehe. Ah, das ist natürlich einfach. Und das kann ich jetzt nutzen, um... Erstmal ein paar Nägel zu machen. Wasser brauche ich wieder. Äh... Könnte ich Wasser kriegen. Einen Brunnen haben wir hier nicht, ne? Am höchsten so was, um halt Energie zu machen. Einen Oven. Aber keinen Brunnen. Okay, auf geht's zunächst. Alte Tore haben wir erledigt, kaputt gemacht. Gehen wir zu dem hier. Kauf auf dem Markt ein Zelt. Mhm. Zweieinhalbtausend. Ich mach's mal gleich mal nehmen das andere. Schön. Muss ich trotzdem bauen. Das ist was behindert. Bau das Zelt. Ja, danke. Ich hätt's nicht bauen müssen, du Lutscher. Du Nägel und Bretter brauchen, man. 15 Minuten dauert das natürlich. Krass. Ich weiß nicht, wie wir machen. Aber die Bretter. Wenn wir's gleich können, 10 Minuten dauert's. Ich muss einfach mal wieder viel vorarbeiten, dass wir hier nicht immer so viel warten müssen. Kauf auf dem Markt eine Töpferei. Ist auch schon wieder neu. Da fehlt mir so ein bisschen der Platz, ne? Muss ich auch erstmal noch bauen. Kannst du nicht nur Töpfer wahren, sondern auch Zielstein und Dachziege für neue Gebäude herstellen. Du wirst bestimmt, dass ich's baue, oder? Ja. 15 Quarz, Alter. 12. 4 von ihr. Pfff. 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 Teuer. Frisch teuer, ey. Wir haben leider nur 3 Max-Energie dazu bekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Also wir brauchen jetzt extrem viel Erfahrung, um voranzukommen. Finde ich überhaupt nicht gut. Finde auch so ein paar Geschichten. Potscheid ein neues Hobby zu haben. Ey. Hab's nicht groß im Müll, eine spannende Geschichte zu schreiben. Dann let's go. Minigame. Ein Tipp um zu beginnen. Renoviere diesen Ort. Pfff. Jetzt krieg ich das? Pfff. Dann halt ein Häuschen bauen und die ersten Maragte, die kriege ich bestimmt. Easy. Pff. Krasse Minigames. Pfff. Pff. Aber immer leicht verdiente Beute, ne? Pff. Pff. wir brauchen so viel und so viel eier und milch haben ist ja wahnsinn eingefrorener sound woche ein feuer dafür und da ach guck mal die kann ich jetzt alle kaputt machen ja verstehen dann lassen wir mal ein feuer machen danke anwenden naja naja so machen wir zumindest unser 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 ding ist ein bisschen schöner dass die ganze scheiß weg ist aber jetzt natürlich nicht nach dem anderen areal gemacht nach dem lied des windes wo wir eigentlich den leuchtturm bauen müssten und ich sehe bisher nichts neues finde ich sehr gut so das kann man machen 30 quarts und fichten stämme und jetzt fehlt der restzeit wieder nach 30 steine was hast du für mich gold ich war eigentlich wirklich gold ja ja ist ja gut ja okay aber wir haben erstmal bei uns genug zu machen deswegen will ich hier kann nichts weiter abbauen ich mache es einfach in meiner heimat ich hoffe wenn wir andere kapitel haben haben wir trotzdem die gleiche heimat ja okay das ist immer die gleiche heimat tatsächlich das finde ich gut also ich glaube tatsächlich das spiel könnte wahrscheinlich einige jahre dauern bis wir das durchgespielt haben holy alter das ist ja abartig das ist ja echt crazy aber gut muss man hat viel gründen ne mal gucken einfach noch eine kiste wir haben auch noch eine kiste mhm naja das ist direkt instant energie sehr schön hier ist halt auch noch um was nicht hier in dem bereich möchte ich auch noch was machen ne das ist woanders aber hier sieht das mal schon ganz schön ganz schick aus das haben wir hier und mir fehlt getreide na ja es dauert zehn minuten und ist gras das brauche ich wahrscheinlich eher für das scharf futter und das brauche ich für hier für ok jetzt kann ich das mal beides machen alles klar die beiden noch und da wird wunder gut und dann haben wir leider erst mal keine ressourcen mehr aber keine energie mehr ich gleich ja ein bisschen was aus und hier was haben wir hier noch dann wollen wir was sich versteckt kann ich nicht kaputt machen das heißt also wir werden ich werde die goldtiere auch immer kaputt machen und natürlich dann neue setzen ist ja klar das beheizte beet brauche ich halt dummerweise nicht ne also ich will es halt nicht nicht kaufen für zwölf ele steine weil es hat natürlich vorteile weil wir können gleich mehr machen aber egal wir haben noch ein sägewerk noch eins ich habe doch aber schon eins eine somme ansonsten haben wir erstmal nischt hier leute deswegen an dieser stelle mal eine kleine pause und beim nächsten mal sehen wir uns dann wieder bei klondike dann wäre ich bestimmt noch ein bisschen mehr gemacht haben denke ich werde wirklich diese immer genug haben dass wir auf jeden Fall mindestens ein zwei level kriegen ich werde hier auch wahrscheinlich weiter vorangehen dass wir hier weitermachen dass wir da einfach höhere level bekommen ich guck mal wie ich es machen werde wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder ich hoffe es hat euch gefallen bis dahin leute ciao ciao Hallöche leute willkommen zu einer weiteren folge von klondike ich nenne es mal mehr klondike weil irgendwie gibt es das glaube ich nicht so richtig ich gucke noch mal im playstore nach ihr werdet mittlerweile im titel schon gelesen haben wie es richtig heißt oder wie ich es benennen werde und ja wir haben wir 10 erreicht das heißt 9 und 10 habe ich tatsächlich ohne euch gemacht habe da jetzt schon 51 max energie also wir haben eine einzige energie auf level 10 bekommen auf level 9 haben wir gar nichts bekommen und ich wollte mal ein bisschen zusammen was mit euch morren ähm damit hier ne damit ich erstmal alles wieder ein bisschen mit euch zusammen machen kann und so weiter und ihr wisst schon ne so ein bisschen roggen was wir neu dazu bekommen ist auf jeden fall das gras hat man schon den meister ist neu 6 gold 20 minuten das nächste mal gibt es ein wald ab wenn auf level 11 aber trotzdem weiterhin roggen und bohlen als meistens weil wir da das meistens brauchen mehr zeug abzugeben so wir haben hier auch ja ok jetzt machen wir auch meist ok gehen wir das mal ab noch was erfahrung ist allerdings nicht viel weil wir mittlerweile 8000 erfahrungen brauchen das schon krass wir haben mittlerweile 5 kühe und vier hühner Stablos und rein das gekauft habe ich mir bei den noch nicht gekauft diese golddinger da und ich habe diese ganzen futterdinger dahin gepackt einfach damit die ganze was zu essen haben ich habe mein ding ein bisschen umgestellt meinen hühner stall meinen hühner stall und wir haben auf jeden Fall auch genügend um uns ein zelt zu bauen ja wir können nägel und bretter haben wir gebaut können wir jetzt machen so damit haben wir nämlich diese mission abgeschlossen 550 dinge ist noch ein bisschen energie die energie können wir mal nutzen um kleinkrams weg zu machen können wir ein bisschen eisenerz weg machen weg damit so sehr schön und hier wieder der roggen fertig der weiter angepflanzt wird kostet immer wieder 4 gold feuermeister war was gewesen ich weiß es nicht mehr wir gehen in der herstellung ja ok wir müssen zwei nägel herstellen dafür brauchen wir noch ein bisschen eisen dieses eisen werden wir hier erstellen wäre natürlich schön wenn ich das irgendwie anders machen könnte leider nicht irgendwie per masse weißt du das fände ich ganz cool dann machen wir noch ein nägelchen ich habe ein bisschen wasser gecraftet rohre kann man auch schon sogar machen und ketten gibt es demnächst auch noch quest abgeschlossen 20 energie 1 smaragd was möchtest du von mir eine töpferei sollen wir bauen das war das hier gewesen wir bauen noch ein brett dafür ich glaube die werden noch hergestellt genau die zwei bretter werden noch hergestellt da können wir also demnächst auch gleich die töpferei ich glaube die zweite stufe war das erst genau die dritte stufe war mal gucken was da rauskommen oder was wir brauchen so kommen wir das hier wieder drin ja wir können aktuell nichts abgeben weil mir alles fehlt meistens ist tatsächlich auch milch die mir fehlt jetzt gibt es hier auch was neues und zwar die bäckerei molkerei forschungseinrichtungen also ich habe überhaupt kein geld muss man dazu sagen zumindest nicht um das alles zu bauen die scheune was wollen wir zuerst machen wollen wir die scheune bauen guck mal was willst du denn von mir naja das will ich nicht haben kauf auf dem markt einen kessel ok dann kaufen wir erstmal einen kessel würde ich sagen will ich den auch wieder bauen ja der ist schon fertig und da kann ich das kann ich hier gar nicht machen verstehe ok das ist natürlich nice ok so viel bringt das jetzt nicht unbedingt dass man das alles einzeln machen muss jesus das ist ja ultra als ich krieg dafür 15 energie naja jetzt auch nicht so viel ok haben wir fertig 30 energie was kann ich denn jetzt mit 70 energie machen wir machen ein bisschen weit weg hier haben wir übrigens noch so ein gold genau so ein golddingen gehabt ist auch noch weg das werden wir auch noch hier haben wir so eine goldadel seht ihr das oh was haben wir denn hier was ist das endlich nun überprüfe ich den tigel und dann schaue ich mir den hafen an ah ja so haben wir das gold noch mit zack ihr seht die ganzen goldstaubdinger die hier rein kommen die wir dann irgendwann beim händler verkaufen könnten da haben wir noch eine kiste uuuh oha was ist da denn los godile, statuen richtig dicke goldnuggets und wir haben auch so eine sandung dass wir die produkte von tier und vögeln sofort erhalten können brauche ich aber aktuell noch nicht ich brauche level 11 dafür alles klar dann haben wir wieder ein bisschen roggen fertig können wir ein bisschen Dinge zu anpflanzen während wir das zusammen machen und dann schauen wir mal ok jetzt habe ich 8000 gold dafür ausgegeben was mir natürlich nicht viel bringt wir können mal zum kaputten leuchtturm gehen ach leck mich doch aber es ist interessant dass man das gleich sehen kann ich brauche noch 14 quarts wo riecht den quarts her ich glaube hier kann ich quarts sand nur draus machen gib mir das ich glaube hier bin ich falsch ich glaube ich muss hier hinter lead des windes werden wir uns mal wieder angucken und dann schauen wir mal wo wir hier das quarts her bekommen wenn ich jetzt hier drauf klicken ah ton kann man mitnehmen und quarts wie sieht das aus ah ja da hinten ok nehmen wir gleich da mit ich würde sagen wir werden hier ein bisschen energie craften ich meine hier ein paar äpfel oha ok der bringt viel so nehmen wir das nächste auch noch mit das ist alles gemaxed nehmen wir uns den ton noch mit äh den quarts natürlich den ton war es gar nicht zack und jetzt nehmen wir hier den ton mit bam 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 reicht das? ja 100 dinger stufe 3 2 von 3 und das letzte ist nochmal fichten stämme die brauche ich hier die bäumchen die kosten aber natürlich auch nochmal ordentlich viel energie hm gehen wir nochmal in die äpfel rein ja ja vergiss es ich hab nichts gesagt gehen wir zurück in die heimat wobei wir hatten gerade noch diese beiden diese beiden zeitquests mit der energie wo wir im prinzip dieses mini spiel spielen können was einfach mega nice ist wie machen wir das mal jetzt haben wir zwei stück davon glaube ich lustige geschichte aus jeder schwierige lage kann eine geschichte zum lachen werden eine solche geschichte spielte sich gerade in klondike ab ich finde ja auch passiert das von uns an sich energie immerhin gucken wir uns mal an was wir hier machen können tippe um zu beginnen explodiere sie mit einer bewegung achso oh ooooh ooooh bam 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 viel gold ist alles mein gold explodiere mit einer bewegung ah ja ok ja ding 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 ich habe später aber schwierige rätsel die mini spieler sind schon top muss man sagen im game gefällt mir auf jeden fall und ja mal noch einmal 1 erster entwurf paul scheint ein neues hobby zu haben er gab sich große mir eine spannende geschichte zu schreiben finde auch so mit pauts geschichte geht wir werden zwar niemals herausfinden wo es in diesen geschichten geht wir kriegen einfach nur super viel staff dazu zu beginnen füttere die kuh ja das ist schwierig ich meine ich kann das nicht weg machen eigentlich gab es funktioniert da ist ein bärchen der eigentlich kann ich hier nicht rausziehen aber scheinbar doch eigentlich dürfte ich nicht rausziehen können weil der andere stäbe im im weg sind gut dann werden wir uns jetzt noch die fichtenbäume holen und damit die leuchtung zu reparieren und damit ein bisschen weiter voranzukommen in der story super viel fichten jetzt bekommen sehr schön eigentlich nice aus und das muss ich mir halt auch noch alles aber ich bin halt bei meinem ersten platz schon ziemlich weit muss man sagen vom abbauen her aber es ist halt noch nicht noch nicht mal ansatzweise genug so wir haben neue quests so auf der suche nach weißes licht weiß nicht weiß wo man materialien für schiss roboton bekommen kann fanden stein mit dem gelben ruhen also haben wir noch den händler ja verkaufen war ich würde gerne leider habe ich das hier nicht dieses nur das ja das fährt noch ich hoffe nur ein bisschen gold holen sinnvoll ist eigentlich erst erst zu machen wenn man wirklich alles hat oder eine kiste mit energie noch mehr energie aber wie komme ich hier weiter langsam nach vorne ok ich habe noch ein paar fässer mit harz und einige schiffsschrauben wenn du möchtest kann ich sie dem austausch ging ein paar mehr sehr gegeben abgemacht alles klar der teuer gemacht miteinander kann immer ein bisschen bisschen staff mitnehmen unsere energie rauszuhauen war so eine kiste nah ist sie einfach versteckt das schlingelchen das so noch mehr energie noch mal kurz raushauen was hast du mit den fässern sind ja auch meine 8 8 8 8 geht es aber hier noch weiter seht ihr das hier ist ein wegweiser nach links dann muss doch mal hier langs leiden ich habe keine energie mehr aber hier war einfach nur noch hier ist auch noch eine kiste wie komme ich dem häuser jetzt aber nicht an ich bin zart dass wir so wenig energie und so wenig max energie für die so 100 wäre ganz cool aber leider leider ist das nicht der fall dass ich unsere aufgabe gerade auf einer molkerei ja gut habe ich noch nicht das geld dafür kauf einer bäckerei forschungseinrichtung reparaturarbeiten öffnen die fässer mit harz ach guck mal das ist sogar unsere aufgabe lol beeren sirup pflücke saftige beeren daraus machen wir dann beginn der hütte von weiß ich mit der herrschung von beeren sirup kann ich das weiß genug beeren 25 energie what the fuck about feuer leute geht im leuchten können feuer machen ach so wie cool okay das natürlich geil aber jetzt 25 dinge das ist so viel und 20 energie ist viel hier haben auch noch ein zäunchen auch hier geht noch nicht das geht ja auch nicht gut auf geht es wieder zurück in die heimat denn wir sind nämlich fast schon am assist und die ganzen dinger die die ganzen rom die ich hätte nicht mehr machen können zeit so viel zeit verschwindet das hier das hier das hier aber seine verschwendung von zeit bretter haben wir ein goldenes hühnchen das muss ich gleich wieder leider neu kaufen die geben wir alle milch die geben wir auch milch die können wir wieder ein bisschen was verschärbeln egal ich mache ja alles ja noch ein paar eierchen und etwas bohnen 20 bohnen 5 eier für lächerlich 155 erfahrung echt nicht viel muss man sagen dafür dass ich jetzt 10.000 brauche nicht so hübsch finde ich das gut aber wie ihr seht ja ich bin ja super super weit schon gekommen was abbauen angeht also hier auch schon die bäume abgepackt das wird alles nach und nach langsam abgerissen alles ich wollte eigentlich so mit euch zusammen hat nur die diese zeit dinger machen sonst hätte ich alleine machen müssen aber das würde ich ja gar nicht mit euch zusammen macht das glaube ich auch spaß was haben wir hier noch nischt und da würde ich sagen leute erstmal machen wir eine kleine pause beim nächsten mal wenn wir dann wieder ein bisschen irgendwie ein bisschen was zu zeigen habe aber vielleicht auch schon alle gebäude weiß das schon vielleicht bist du dann alles geld vielleicht aber auch nicht ich weiß es nicht scheune sägewerkstatt gut hier werden wir nichts machen scheune kann man vielleicht noch bauen molkerei bäckerei forschungseinrichtung wo man halt bäume anbauen und erz abbauen kann um materialien zu erhalten ich habe es noch nicht ganz verstanden habe ich einen super krassen goldmangel in dem game man braucht schon ziemlich viel ich wollte tierisch auf diese molkerei ich könnte erstmal was wissen wenn ich hier eigentlich wieder aufklicken weil ich krieg das wahrscheinlich nicht so schnell hin ok nach 35 minuten kommen neu bestimmen alles klar finde ich gut dann ist jetzt ein slot dabei den man vielleicht befüllen kann im vergleich zu dem anderen was ich ja noch nicht kann mit der molkerei und dann sehen wir uns beim nächsten mal dann wieder bei klondike bis dahin lautet ciao ciao